Heiß, heißer Lilly. Dass die sympathische Becker-Ex nicht mit ihren Reizen geizt, ist längst kein Geheimnis mehr. Die attraktive 43-Jährige bringt ihre Fans regelmäßig um den Verstand. Mit heißen Kurven und schlagfertigem Wesen ist Lilly Becker definitiv eine Traumfrau. Erst kürzlich tritt die Mutter des 10-jährigen Amadeus bei Schlag den Star gegen Sylvie Mais in den Ring und muss eine herbe Niederlage einstecken. Doch das scheint der Powerfrau so gar nichts auszumachen. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie ein sexy Foto nach dem nächsten und lässt damit viele Männerherzen höher schlagen. Eines ihrer neuesten Postings ist auf jeden Fall eine Rarität, denn Lilly nimmt uns mit unter die Dusche. Scheinbar nackt und nur mit einem Handtuch bekleidet, tänzelt sie verführerisch durchs Badezimmer. Und dabei zeigt sie fast schon zu viel. Ganz plötzlich lässt sie auch noch das Handtuch fallen und überrascht ihre Fans damit. Anstelle einer unbekleideten Lilly sehen wir sie topgestylt mit schwarzen Overnies im hautengen Kleid. Ganz schön verführerisch. Aufreizend ist auch ihr darauf folgender Post, denn auf diesem posiert sie dann tatsächlich nur im Adams-Kostüm. Ob Lilly Becker diese Bilder noch toppen kann, bleibt abzuwarten. Ihre Fans warten bestimmt schon sehnsüchtig auf Nachschub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017